Es brennt, es brennt, als müsst ihr euch vorstellen. Ach Gott. Ich weiß gar nicht, warum du noch so viel Regen hast. Leiche die Schau, Bruder. Ich habe gesagt, ich esse gerne scharf. Ich war in Indien. Ich war in Mexiko, in Thailand. Da wird nur scharf gegessen, Freunde. Ich kenne Pfeffer. Man kann es kühlen, man kann es löschen mit ein bisschen Eis. Aber es hält immer nur ganz kurz und gleich raus wieder. So viel Milch habe ich heute nie. Zensiert, kennst du das? Das kommt gerade jetzt. Halt immer Zeit. Kaffee. Flexi, Mann! Flexi, was ist los? Nichts, Mann! Was willst du, Flexi, Mann? Jedes noch! Dann! Alter, Leute! Flexi's am Arsch! Was ist los? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Flexi! So scharf war es! Viel besser! Eiskaltes Wasser! viel besser als kaltes wasser das ist übertrieben auf der zunge aber man kann es echt verkraften ich habe den verstanden, aber da kriegst du dir so achtmal Leute, lass jetzt mal einen festen Daumen, da will ich diese krasse Challenge machen das war echt krass sollen wir sowas wieder machen, das ist besser oder was? das ist so eiskaltes wasser, wenn wir sowas machen sollen mit zwei oder drei Schiff pro Person das war gerade nur einer bei Flexi ich bräuchte Flex 12 oder 3 lass auf jeden Fall einen fetten Daumen da und zeigt es uns mit einem Abo klickt doch unter Abonnieren und schreibt mal in die Kommentare was geiles Schafes können wir noch essen alles in die Kommentare schreiben das war echt krass, eiskaltes Wasser machen, oder? schon gut, ey das war echt krass, eiskaltes Wasser machen, oder? das war echt krass, eiskaltes Wasser machen, oder? das war echt krass, eiskaltes Wasser machen, oder? das war echt krass, eiskaltes Wasser machen, oder?